Was geht ab, ihr geilen Schnittchen? Willkommen zurück zu einer neuen Folge Worms Clan Wars Also natürlich jetzt alles nicht so leicht Einfach runter droppen Oder schieß nach oben Kannst du dich die Mine auf Brammen fallen lassen? Dann kommt hoffentlich das Wasser runter und spült dich weg Aber ich glaube, fuckface Wird das Wasser direkt kaputt? Das weiß ich nicht So geht nicht, aber so vielleicht Das weiß ich nicht Naja, anscheinend nicht Dann licht er sich erstmal hin Dann nicht Aber ich schätze mal beim zweiten Worms Weiß nicht, ob das mit Wasser viel geholfen hätte So, apropos Wasser Liegt da in dem Wasser eine Mine? Ich hoffe mal nicht Augen zu und durch Münzen Alter, ich weiß gar nicht, wer die zuletzt Münzen eingesammelt haben So, das Problem ist Da rechts stehen eigentlich zwei Rote und links ein Grüner Den Grünen, den kriege ich runter, glaube ich Allein schon mit einer Granate Warum stehen denn zwei Rote da vor mir? Mit ein bisschen Glück fliegt die Mine nicht zu mir, sondern ein bisschen weiter nach rechts Oh, oh, vielleicht triffst du ja die zwei Roten Ja, ja, genau Das wäre super Das wäre super Ja, das sind ungefähr fast alle verhaufen, könne ich Eigentlich nur ein Haufen von mir Oh, ich wüsste, was smart wäre Ja 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 Au Das ist zum Beispiel auch nicht so schlecht gewesen Double Damage Okay, für vier Bessern jetzt dran hier von denen Oh, der ist sogar dran Der Der gute Alter, ich komme mit dem fetten da nicht raus, ne? Links Das ist zu eng Mit dem Oh, der ist bestimmt Kannst du mal wieder auf das Fass schießen, Seb? Ich würde da gerne gleich rauskommen, danke Kannst du ja buddeln Ja? Ja, okay, Jay Warte mal Ohne Scheiße Ich komme da wirklich nicht raus, glaube ich Ja Da komme ich immer noch nicht raus, Mann Ja, wobei Vielleicht ein bisschen den Kopf einziehst Du bist doch ein Wurz Ich habe meinen Bunker, ey Was ist das denn für ein Quatsch? Voll der Minispalt Komm, spring Scheiße, ich vergesse das immer Mit welchem Wurz Oh Bringt es einfach Hat Jay hat auch die dicksten Balls Haben wir denn überhaupt Minen, die direkt explodieren? Ich glaube nicht Ich glaube nicht Oh 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 Müssen wir da ein bisschen Wasser reinfüllen, habe ich das Gefühl Ui, da ist der andere auch noch Oh Wasser macht alles besser Das ist echt kalt Aber ist immer ein angenehm Ich muss mal da raus Das ist mir hier zu kalt Wenn ihr schon so schöne Kuhlen da geschossen habt So, hier stehe ich doch ganz gut Was machen wir denn jetzt? Gute Frage Kuhlen, 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 Krach, Krach Ja Also ne, Mine Bazooka geht ja sowieso immer Granate Das ist aber irgendwie Schieß mal auf die 135 Die rote Ich glaube ich lasse einfach hier so ne Fömmchen Schieß aber auf die rote 135 Ich, Mann Das ist doch Scheiße Jay, du musst aber aus eigenen Stücken raus Ich komm da nicht raus Nein Was mach ich denn mit dem gleich? Oh, Bram kann sich noch retten Ah gut Vielleicht Und der haut dich jetzt runter, pass auf Ne, der Teil verschwindet jetzt einfach Geil Wir müssen Hier, das Leben kriegste Hey Leben kriege ich Ohne die Mineauszug Oh, das war aber knapp Lösen Schade Und er ist nicht auf der Mine Das ist aber auch eine gute Startrampe Die er da jetzt geboren hat Ich glaub du bist genau einen Pixel weit links genug Ewig weit weg von der Mine Ja, ja, ja Ei, ei, ei Wer war denn gelb? Ach, das ist gelb Was machen wir das denn? Auf die rote 135 schießen Die hier platziert Dann fällt der doch nach rechts Auf die 106 Ja, oder du schießt links Auf die 135 Fliegt der nicht drüber? Ich hoffe nicht Ich hoffe auch nicht Für meinen nicht Das ist aber irgendwie ein bisschen wenig Wasser in dem Becken Hab ich das Gefühl Das finde ich auch Da kann ruhig mehr noch kommen Kannst ja mit dem 105 Ach nee, mit dem waschen Nee, nee, der ist jetzt dran Vielleicht Na, kommst du nicht raus Kannst dich da rausschießen einfach Ja Ich kann einfach noch durchlaufen Warte mal, dann chill ich natürlich jetzt hier ein bisschen Okay, weh, ich schieß mich jetzt selber ab Mit der Kacke Hä, wie machst du das denn? Aber du hast nochmal nach oben gezogen Da wäre die Farbe dann nicht mehr sichtbar gewesen Okay, ist ja doch gar nicht so schlecht Da schießt man nicht mehr auf die 135 Ich glaube, die müssen wir stürmen, die Burg Oh, das ist gut, Chris, dann bin ich direkt bei den Kisten In den Pimmel Der Pimmel muss aufgefüllt werden Oh, da will aber einer wissen Oh, der zieht dich mit Komm, zieh dich mit Nee, nee Hä, wo ist denn deine Mine? Da lag eine Mine neben dem Fuß Oh, da ist doch eine zweite Was machst du da wohl mit den Kisten? Oh, Kacke Bruder, das ist jetzt aber kein Pimmelchen mehr Das ist aber Ja, ein Schmerzhaften Aber dicker Ich wollte eigentlich nicht unter Wasser sein Ja, guck die Nase, guck doch noch raus Hast du Wasserschaden gekriegt? Ähm, noch nicht Der hat doch noch nicht blub blub gesagt Oh, ich weiß aber, was man jetzt hier geil machen kann Nein, nicht die Münzen Oh, die Münzen müssen weg Nicht die Münzen Geht das? Geil Ja, das geht Das war ein ganz guter Move Die Kiste hat geblockt Die Kiste hat geblockt Wie lucky war das denn Das ist aber jetzt unangenehm Die Mine von Bram wurde aktiviert Oh, guck mal, wer der ist Irgendwas eingesammelt Komm ich da weg? Da komm ich nicht weg So, gerade gedacht ich kann rechts Mit der Laserwaffe mich rausballern Aber ist ja nicht Ich weiß halt nicht, wie man so schnell umdreht Du könntest nach rechts und dann nach links Aber Oh Oh, 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 oh Oh, direkt getroffen Nein, nicht zu mir Ach komm So gleitet die denn da noch so Ah, frech Ja, alles frech, definitiv Äh Eww, Tracker Das sah tief aus Warte mal Ah, easy game Das sah tief aus, ja Oh, er möchte seinen roten da unten noch retten Was heißt denn retten? Was heißt denn da? Ah, nee Ja, come on, ey Was ist das denn? Das ist ja wohl lächerlich Da tropft noch Wasser runter Ja, schön Da stand da auch so ein Schild Vorsicht, Rutschgefahr, James Ganz viel Zeit Ich hab mich gesehen Naja, da kommt er vorbei Links kommt er auf jeden Fall vorbei Ja Damit, das macht auch keinen Sinn Zweifel teleportier ich schon halt einfach weg Ähm Äh, weiß nicht, ob du so ein Ja, vorbei, stimmt Oh, die liegt auch schön auf deinem Kopf Das ist ja nicht mein Wasser Oder? Vielleicht nicht Aber da tropft noch ein bisschen Oh, Mann ey Was kommt denn das immer so da? Dieser eine Tropfen, der da mal hoch Raum runterkommt Der ist fast wieder voll Was soll das denn? Danke Ah, cool Da kommen wir auch noch hoch Voll so eine Treppe gebaut hier Da kommt es, glaube ich, sogar bis Bis fast ganz oben noch Mal gucken, ob wir heute kommen Alter Alter Auch unter Wasser Oh Blub So, belasten Blub Der hat nur alle Würmer Naja, und hat die Top-Position, ne? Dann müssen wir mal Ich kann nicht auf die 150 Heute bin ich vom Glück geküsst Wir müssen hier weg von dieser komischen Sex Die wird gleich Quatsch ma- Oh Oh Die würde explodieren Oh Aber wohin fliegt der? An links Der tötet dich Das glaube ich nicht, Bram Siehste? Weg Oh Gott Jetzt bin ich bei der 1 wieder dran Das ist doch alles scheiße Oh, der hat jetzt gerade fast Christian mit runtergeschoben Ist der jetzt dran Ach der Ah ja Ja, du hattest eben zu dem gewechselt Jetzt hat man wieder das richtig geht, Jay Ah, nee, doch nicht Und Jay wollte nur die Seite wechseln Ah Auch smart Oh, der Wind steht gut Aber das war zuerst Vielleicht ein bisschen zu viel, ja Ja, doch Krass Hatte ein bisschen Stress Shit Okay Hm Leute, ich erkenne Jay hat fast so viel Leben Wie wir alle zusammen Das ist echt kacke, dass der im Wasser steht Macht euch mal bitte weiter kaputt Warte In der Luft Ach, willst du? Yo Alter, jetzt kommen die Tricks hier Prost Oh, jetzt teleportiert er sich auch noch Das kann klappen Oder? Oh Oh 4 Sekunden noch Das tust du noch Der war gut Panik Alle gehen nur auf mich, ey Nein, ich wollte einen Millimeter nach vorne Scheiß auf Feuer Okay Wubbel, wubbel mal das Ding weg Wirst du doch gehen, oder? Nee Shit nicht Das geht nicht Oha Okay Oben fliegt doch jetzt gleich bestimmt die Holy hin Der Sepp hat auch noch vier Würmer, aber alle gedamaged Und zwar hart Ja, aber ein gedamagter Wurm kann vollen Damage machen Das stimmt Ja, aber ein gedamagter Wurm da unten kann kein Damage machen Der kann aber nur eine Kiste einsammeln gleich Aber Ist die Kante da im Weg? Nee, die ist weg, oder? Nein Sag auf, wenn du was gegen Christian hast Nein, 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 nein Jetzt bin ich in der Matsche Ah, der ist tot Ja Ah, okay, ne? Ich hab doch ein bisschen mehr Power gebraucht Hm Weißt du, deswegen wollte ich die Millimeter noch nach vorne machen Hat dich jetzt nach Meppen Südballert Zumindest hat er kein Wasser Ja, stimmt Aber die Bazooka, die ist schon Belastend genug Wenn dir Ah, wobei Jetzt bist du ja nicht da unten Einfach Schaden machen Hast du denn noch einen Wurmwechsel, Christian? Irgendwer wäre das schon in deinem Leben Ich hab noch alles Ich glaub, den Wurmwechsel wird er jetzt nicht nutzen Aber der Wurmwechsel macht irgendwie noch keinen Sinn Ich hab nix, was ich dem da hingezwiebeln könnte Hast du einen Bullen? Oder eine Oma? Okay, du musst da unten weg Der ist tot Ja, mal gucken, ob der tot ist Er hat doch keinen Wurmwechsel mehr Der ist doch jetzt dran Der ist jetzt zweimal dran Den er benutzt hat Der ist tot Der 150er, der hat jetzt geoffert Das stimmt Also, das war jetzt gerade kein Geiger-Move Weg freigeräumt für Bram und Jay seinen Weg zugummert Also, Christian tötet sich jetzt Außer er hat noch einen Wurmwechsel Okay, damit hab ich nicht gerechnet Okay, damit hab ich nicht gerechnet Dinamep im Südballast Das passiert ist, was hier passiert ist Womit hast du denn gerechnet? Ja, nicht damit Ja, aber womit rechnet man denn? Ich hab halt nicht damit gerechnet Überhaupt Die Leute Dieses Fingerhütchen da Nenn ich's mal Weg geht Diese Runde Dass du da drüber kommst Genau Ich glaub, das reicht, wenn du von unten entgegenschießt, oder? Ey, tu das mal nicht Komm rein in die gute Stube Ich glaub, das mach ich wirklich nicht Schieß nicht von unten ran Oh, was ist das denn jetzt? Ich weiß aber, du musst noch eine Leer-Taste drücken RNG! Oh mein Gott Hast du das nicht eine Runde vorher machen können? Mensch, gut, der nicht nur unten den Wurm haben Nein, 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 nein Ja, und das scheiß Ja, dann bin ich tot Gönn dir halt, Amageddon Das musste eingesetzt werden Nein Jetzt gewinnt der Christian Das musste eingesetzt werden Noch hat der 150er nix abgekriegt Christian, du wurdest Du wurdest Du wurdest schon gesagt, dass der Wurm da unten richtig kacke ist, ne? Ich glaub, das ist das Beste, was hier passiert Nein Da ist der 83er einmal getroffen Aber der könnte überlebt haben Ja, aber jetzt explodieren die alle noch Ja, aber der 83er könnte überlebt haben Jetzt kommen noch richtig Löcher da rein Oder? Also ich bin der Nein Holy shit, Abram Oh, komm mal runter Jawohl Hey, schau mal, was geht Die 88 und die 150 leben noch Ah gut, dass Christian da unten steht Oh Mann, Alter Ich hatte so ne gute Posi, ey Jo, ey Nice Geil Wir haben ein bisschen Würze mit reingebracht Find ich gut Ja, aber ja Das hat das ganze Finale kaputt gemacht Nee Doch Kann aber sein, Christian, dass ich jetzt absaufe Das wär belastend Mach mal deinen Zug ziemlich schnell Dafür stehst du noch zu hoch Nee, wir sind ja schon im Wir sind schon Boah, was ist das? Naja, wir sind schon im Scheiße Aber ich glaub, dafür stehst du zu hoch Nee Das wird knapp Aber ich hab ja auch die Tauchermaske auf Also vielleicht kann ich da ja wieder raus Neu? Da war noch einer Okay, krass Ja, schon mal Zweiter durch Amageddon Das war richtig heftiger Scheran Jo, Christian, du musst jetzt einfach nur noch da weg Nur noch Hochtelefonieren Du musst nur die Nur die Holy da reinballern Du hast gar nichts machen, du musst nur weg Ich muss da sowieso weg Alleine schon, weil ich sonst enttrikke Er muss nicht mal weg Stimmt, du kannst auch einfach die Runde überspringen Gehen, wenn sie trotzdem Ja, wenn du da Da kannst du gegenballern Er ist tot Ich werd wahrscheinlich absaufen, ja Jetzt kommt ja nochmal Wasser Ich vertraue dem Spiel auf gar nichts Ja, guck mal Ja Nice Zweiter Mensch, da wird ja noch richtig Würze reingebracht In der Finale Leck mich am Arsch Also sehr salzig Sehr salzig ist das Gericht geworden, leider Da verhilft dich Sepp verdient Zweiter geworden Ja, sehr fad, oder? Vielen, vielen Dank für's Zuschauen Bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss Tschau